Hi. Wo ist mein Ofen? Wo ist meine Werkbank? Alles weg. Du weißt, dass wir heute nach oben gehen, ja? In unsere eigentliche Base, ja? Wer sagt das? Hatten wir beim letzten Mal so gesagt? Hatten wir das? Wir hatten nur gesagt, dass wir Essen besorgen müssen und Holz. Nein, wir hatten gesagt, dass wir Tageslicht. Das ist nicht Tageslicht. Und da steht was, was ich noch nicht kenne. Von oben kommt schon Tageslicht, ja. Ja, hier nicht draußen. Ja, willkommen in der Base. Da steht was, was ich nicht kenne. Ja, ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Das ist ein Regensammler. Ja, er funktioniert. Okay. Ähm. Und da oben ist übrigens noch was, was du nicht kennst. Oder was du noch nicht gesehen hast. So, meine lieben Freunde. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Tough As Nails. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ist Lady Phantasia ein klein wenig irritiert. Ja, wen wundert's? Wir haben hier ja doch einiges verändert in der letzten Episode und sie wusste gar nichts davon. Ja, das hat doch wunderbar funktioniert. Ich bin ja mal gespannt, denn, ähm, das Nether Portal hat sie auch noch nicht gesehen. Ähm, mal schauen, was ihr dazu sagen würdet. Und ja, was uns heute sonst noch so erwartet. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Und ja, dann lasst uns einfach mal loslegen. Da bin ich. Jawohl. Ja. Ähm. Ja. Yeah. Ich hab purified water. Oh. Oh, das, oh, oh. Das schimmert schön. Na, bleib mal da. Das schimmert schön. Sieht toller aus als meine Wasserflasche. Guck mal. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich seh meine nicht. Ich seh nur, dass die hellblau ist oder so, türkis oder sowas. Ja, genau. Und meine ist blau. Ja. Okay, ähm, alles klar. Ähm, ja. Also, ich hab gerade meinen Leuten schon gesagt, ich weiß nicht, ob du es im Video lässt, aber es lohnt sich auf alle Fälle vorbeizuschauen, weil ich gerade so dezent so, äh, hä, reagiert habe. Okay. Also, äh, ja. Okay. Ähm, ich hab ja noch keine Ahnung. Ich wollte jetzt mal gucken, was hier ist. Da hast du ja gesagt, da ist, oh, da ist eine, eine Steinsäge dazugekommen. Ah, und hier ist unsere unendliche Wasserquelle. So hast du es jetzt geregelt. Ah. Okay. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Okay. Ja, wir hatten ja gesagt, wir wollten, ähm, irgendwo, ich hab mal einen Heißböpsel, haben wir hier irgendwo Lava, kann das sein? Nein, nein, das kommt von der Laterne. Die Laterne? Ja. Du, wennst, warte mal, hier, nimm mal, nimm mal die Laterne in dein Inventar und dann schaust du dir mal an. Oh, das sieht man ganz schlecht, aber die scheint sich zu bewegen. Na, das meinte ich eigentlich nicht. Du sollst dir eigentlich mal die Beschreibung anschauen. Heating. Aha. Ja. Das ist ja praktisch. Okay, 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 aber die schaut trotzdem so aus, als ob die flackert. Ja, ja, das auch. Ich hab's jetzt trotzdem einfach mal dringelassen. Ja, nee, das ist, äh, ist alles okay, ja. Ja, und wir haben auch, wir haben, oh, nein, warte mal, wo hab ich's? Ah, und das ist unsere Gruschkiste, die steht also, die steht noch. Die steht noch, die haben wir noch nicht aussortiert. Okay. Und jetzt guckst du mal da hoch. Ach, du Gott. Das ist das Thumbnail, was ich gesehen hab, wo ich mir schon dachte, was hat denn der ausgefressen? Ich dachte, das ist von Endless. Ich hab da nicht, ich hab das nur so im halben Auge gesehen. Tja, nee, nee. Tja, und dann, bevor du da reingehst, gehst du mal bitte da runter. Also, du kannst an sich ohne Probleme in den Netter gehen, aber vorher guckst du in diese Truhe da rein, dann wirst du schon sehen, was du zu tun hast. Das ist Quarz. Ja. In diese, okay. Nein, hier, in diese. Ja, 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 ja. Rechtsklick? Ja. Mit der Flasche? Ja. Oh, aha, okay, was ich zu tun habe. Mhm. Da ist etwas drin, was dir auffallen müsste. Ja, da ist eine Blätterrüstung. Ja. Und Goldstiefel. Ja, ich war mit meiner normalen Rüstung drin und hab Feuer gefangen. Wieso das? Ja, probier's aus, wenn du willst. Aber, aber das, weil das Eisen heiß wird vielleicht? Ist, ist auf jeden Fall zu heiß mit normaler Rüstung. Okay, ja gut, die Blätter, die haben einen, die haben einen Cooling-Effekt. Ah ja, okay, okay, okay. Okay. Ähm, ja. Weil ich wollte... Na, ich schaue ja heiß aus. Yeah. Sehr sexy. Okay. Ja, gell? Das kann ich. Okay. Ja, hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, dass es die Rüstung noch gibt. Ja, stimmt. Wir haben Wolle und wir haben Blätterrüstung, ne? Ja, auf die Wollrüstung bin ich gleich gekommen. Auf die Blätter, das hat einen kleinen Moment gedauert. Ja, wobei wir das irgendwann schon mal so, so ein bisschen angeschnitten haben, das ist vielleicht ganz schön doof. Äh, wobei wir das mal ganz kurz angeschnitten hatten, aber das ist schon eine ganze Weile her, ja. Äh, okay, ja gut, dann lasse ich meine, meine Eisenrüstung da mal drinnen und meine, meine Diaspitzhacke lasse ich, glaube ich, auch mal besser drinnen, weil ich, ich, ich kenne mich, ich verliere mal alles. Ja, dann warte, dann mache ich mir auch nochmal schnell eine, dann gehe ich mit dir mit. Äh, und dann brauche ich... Ich schätze noch, zack, zack, nisch, man. Wie hast denn du das mit Wasser im Netto gemacht? Du hast doch wahrscheinlich getrunken wie ein Loch, oder? Es ging, es ging, war gar nicht so schlimm. Ja? Ja. Ja, weil ich kann ja kein Wasser setzen, ich müsste mir ja einen Kessel craften, dass ich Wasser setzen kann. Ja, ne, ich habe meine ganz normalen Flaschen mitgenommen und es ging. Und, und, und wie viele? Wie immer. Aber wir brauchen Essen, ne? Aber hast denn du noch zu essen wahrscheinlich nichts mehr, gell? Ähm, geh mal her, kannst du mir jeweils die Hälfte haben? Ja, ne, brauche ich ja nicht. Ja, doch, hier, schau, bitteschön. Nein, brauche ich ja nicht. Warum nicht? Na ja, ich habe dir ja gesagt, du sollst mein letztes Video nicht angucken, ne? Ja. Und du hast ganz brav mein Video nicht angeguckt, ja? Ja. Ja, das hat den, das hat den Grund. Ich dachte, wir gehen jetzt heute rauf. Jetzt steht hier das da. Ja. Geh mal doch auch. Wir müssen Essen besorgen, ja. Ja, okay. Im Übrigen, wenn wir da, wenn wir hier den Wasserfall hochgehen, ja, dann kommen wir da raus, wo wir ganz am Anfang waren. Wo wir ganz am Anfang waren? Ja. Den dicken hier? Oder den rechten Einzelnen? Das ist vollkommen egal, welchen du hochgehst. Das ist egal, okay. Ja gut, okay, das ist gut zu wissen. Okay, ja, du, ja, na, wenn wir hier unten herkommen, dann, komm, lass uns in den Neckern. Wenn wir jetzt schon hier unten sind, dann lass uns kurz reinschauen. Ja, pfff, alles gut, da drin gibt's, ja doch, eine Sache ist, die wird dich bestimmt interessieren. Okay. Ja. Ja, also ich habe gesehen, du hast schon Quarztreppen, also irgendwie. Ja, nicht nur das. Komm mal mit. Haben wir eine Festung um die Ecke, oder was? Oh ja. Eine Bastion? Nein. Das sind Netherziegel. Eine Festung. Ja. Da hinten, da hinten gibt's Witterskelette. Oh. Aber frag mich nicht, wie wir in unserem tollen Outfit Witterskelette legen wollen. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Doch, freilich. Doch, freilich, das geht. Wir müssen ja nur gucken, dass die Witterskelette auf drei hoch einen Dingen haben. Ja. Sagst du mir? Einen Block und dann können wir ja unten hauen. Ja, aber du erinnerst dich daran, dass in Festungen auch Lohn existieren? Ja, Pfeil und Bogen. Hast du einen? Sag ihm mal. Ja, wir haben irgendwo Pfeil und Bogen. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wo, aber irgendwo haben wir. Und damit sich das rentiert, gegen Witterskelette zu kämpfen, ist ja besser, wenn wir ein Looting-Schwert haben, ne? Entschuldigung. Ja, damit erhöhst du halt deine Chance, ja. Ja, genau. Und da so hoch wie möglich, also Looting-3 zum Beispiel. Wäre ja nicht verkehrt, ja. Bleib ja stehen geblieben. Was bist denn du für ein Skelett? Na ja, zumindest bin ich jetzt im Besitz eines Steinschwertes. Gott. Oh, da ist ein Gas. Ich bin nicht von Knochen. Okay. Soll noch nicht mal, ne? Wir haben ja einen Superspawn, hey, das ist ja... Wow. Oh, Loom. Wo? Da hinten, ja. Geh weg. Mami. Ich hab den Spawner gefunden. Ja, ich jetzt auch. Mal her. Ja, klappern ist ja wieder. Ja, der normale Skelett. Ja, das kann auch sein. Ja, und hier war eine Lohe. Ja, hier ist gerade im Moment aber keine. Da oben ist ein Skelett. Nein! Gut gemacht. Ja. Guck, guck. Ach, da ist er. Oh, okay. Na, na, lass das mal. Der sprengt dir das ganze Ding in. Vorsicht, Pickling kommt. Soll ich mich ein Pickling. Der sprengt dir das ganze Ding in Netherracky um die Ohren. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nicht wirklich. Ei, 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 ei. Also, das ist ja Wahnsinn, hey. Wow. Da rechts an der Lava ist eine Lohe. Ja. Da oben ist er. Uäh, pff. Au. Au. Verflixt. Wer ist hinter dir? Wie, wo, wer, was ist hinter mir? Au. Ei. Also, ich muss auf den Gasdorf passen und du hast die Lohe hinter dir. Ah. Da oben auch ein Spawner. Die kann doch nicht von da hinten bis da hin Spawner. Junge hat der mir Herzen abgezogen. Alter Schwede. Elohe? Ja. Ich will jetzt wirklich nicht jammern. Aber ich fühle mich in der Rüstung gerade so überhaupt nicht sicher. Hm, bist du auch nicht. Ich will dir da nichts vormachen. Ja. Nein, ich bin doch so doof. Ah, ja. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, ich wollte, ich wollte mir eine Wasserquelle machen. Da vorne ist eine hohe Passant. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, da verdampft dein Wasser. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich habe aber bloß noch eine Klasse. Ja, gut, ich habe jetzt noch vier und diese Perified, die gibt ja mehr. Ja, die habe ich schon getrunken. Schaut sie mich wieder an. Jetzt hat sie mich erwischt. Die blöde Nuss. Oh Gott, da ist noch eine zweite gespawnt. Ich habe bloß noch viereinhalb, dreieinhalb Herzen. Ja, das musst du auch passen. Ja, ich merke es. Wow. Das ist ja Wahnsinn, hey. Au, hey. Na toll. Also, was lernen wir daraus? Kessel mitnehmen, damit wir Wasser platzieren können. Was haben wir auf? Bleiben wir mal da stehen. Hab sie erwischt. Oh, gut, okay, so geht's auch. Jetzt haben wir noch eine. Na, da ist noch eine. Ja, ja, ich weiß. Aber, hey. Ja, Entschuldigung. Okay, wir können zwei Blöcke vor. Das ist ein Stück zurück. Jetzt können wir wieder aufmachen und können wieder ein Stück nach vorne. Au. Nein, 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 nein. Brauchst du Wasser? Oh, ich hab noch drei Herzen. Und kein Wasser mehr verflickst. Ich würde sagen, wir rennen einfach, oder? Da, schau mal, eine kann ich dir noch geben. Ja, dankeschön. Ja, rennen wir einfach? Ja, rennen wir. Alba, auf drei. Also. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Lauf. Wird das Skelett? Nein, da ist ein Wirderskelett. Oh, mein Gott. Oh, mein. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Das sind diese Netter-Abenteuer, wo ich immer sage, ich trau mich nicht in den Netter. Geh weg. Wo hast denn du die zwei Schaltplatten her? Au. Außer Festung, oder was? Au, nein, komm mal mit. Komm mal mit. Das ist auch schön. Habe ich auch gefunden. Da wollte ich eigentlich nach oben gehen. Aha. Hab dann aber abgebrochen. Aha. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Wupp. Oh, ui, was ist denn das? Zombie-Spawner. Das ist ein Skelett. Skelett? Das ist ein Skelett, ja. Oh, mich haben hier aber Zombies in den Fang genommen. Okay. Ja, da habe ich dann nicht mehr... Ja, das sehe ich jetzt auch. Das habe ich aber am letzten Mal gar nicht beachtet. Nicht so schlimm. Vielleicht ist hier ja irgendwo noch ein Zombie-Spawner. Also da unten jedenfalls nicht. Ja, aber da habe ich überlegt, könnte man auch was Schönes draus machen. Ja, klar. Eine Mob-Farm. Ja. Freilich, vor allem, wenn du sagst, du brauchst Pfeile oder so, ne? Oder alleine nur für Level, wenn du sagst, du willst verzaubern oder irgend so ein Zeug. Naja, du willst hier halt auch für Knochenmehl anbieten, ne? Das auch, ja. Das auf alle Fälle. Aber wenn du sagst, wir können da rauch, dann, äh... Ja, funktioniert wunderbar. Ich bin die ganze Zeit so hoch und runter. Ja, ist okay. Wenn das funktioniert, dann sollen wir das rechts sein. Dann brauche ich kein Wasser aufzubauen. Hier stöhnt's schon wieder. Ja, das ist rechts von uns, da sind irgendwo noch ein paar Viecher. Ah, okay. Da hat's letzte Mal auch ein Skelett auch nicht geschossen. Ja, da ist wieder eins. Aber das sieht mich, glaub ich, noch nicht. Ui. Ups. Ui. Ja, genau. Und wie muss ich jetzt? Hier, vorne. Hier. Ach, da bist du immer raus. Und dann siehst du da schon den Bruchstein. Ja! Ja! Aber weißt du was? Den Ausgang, den wir hatten, der läuft da recht neben dem Wasserfall vorbei. Da kommt ein Zombie. Oh, der ist runtergefallen. Oh, mir reiht mein Stein nicht mehr aus. Brauchst du noch was? Oh, ja. Hier, guck doch mal. Oh, oh, da wollte ich gerade hin. Oh, oh, da wollte ich gerade hin. Ja, da wollte ich gerade hin und dann hüpfst du da hin. Schock, schock, na ja, 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 ja. Nein! Wie kannst du denn da hinhüpfen? Hey, was treibst du denn hier? Ich hinhüpfe. Du machst mich fertig. Sag doch gerade, wie kannst du da hinhüpfen, wo ich hinhüpfe? Du machst mich fertig. Geht's, Wichter? Da baut sie so breite Wege und dann lässt sie hier immer so schmale Engstellen, wo man... Nein! Ich bin ja noch gar nicht fertig. So, also, gehen wir mal dann auf. Das war alles cool. Au! Wo kam der denn jetzt her? Willst du mich veralbern? Mann, bin ich begeistert, hey. Ja, warte, ich bin... Nein, macht nichts, es ist alles gut. Hä? Ich bin sofort da. Was zum... Hä? Ja, geh nicht raus. Jetzt machst du mir eine ganze Überraschung kaputt. Ich bin raus. Ich bin gerade etwas irritiert, aber okay. Ja, deswegen solltest du ja nicht... Eigentlich solltest du ja nicht da rauflaufen. War so nicht gedacht. Ja, dann musst du mir eher sagen, dass ich nicht raus darf. Ja, du solltest mir ja eigentlich hinterher. Tja. Bisschen spät. Das ist halt jetzt... Es ist echt blöd gelaufen. Mann, das ärgert mich jetzt. Nee, ich frage mich halt, wo der blöde Mistkerl wieder herkam. Ja, von oben. Der ist wahrscheinlich raufgelaufen und dann bist du gekommen und dann ist er runter. Ja, ich gucke mich um und sehe nichts. Das ist dann auf einmal, kaboom. Dankeschön. So, das ist auf alle Fälle schon mal von dir. Das auch. Ja, dankeschön. Und das ist von dir. Das ist von dir. Das ist von dir. Das ist von dir. Da hattest du mir vorhin mal was gezeigt. Aber komm mal mit. Ja. Unsere kleine Kuhfarm. Okay, ja, ist cool. Ja, die ist aber noch ganz, ganz klein. Okay. Weil ich schon getötet habe und das Kleine ist noch gar nicht ausgewachsen. Weil ich dann, ich musste dann leider offline gehen, weil ich schon viel zu viel Zeit verballert hatte. Ja. Und, und, und. Und, und, und. Ja, in der Zwischenzeit, wo die Kühe immer gewachsen sind und so ein Zeug. Komm jetzt darauf. Habe ich, ähm. Guck mal, in die kleine Kiste. Ja. Das sind 21 Fische. Sind sogar schon gebraten. Ui, okay. Alles klar. Ja, ich habe noch Rindfleisch bei mir im Inventar. Aber, ja. Ja. Ich meine, ja, hier oben ist es schön, aber da unten gefällt es mir schon auch gut. Und ich meine, wir haben ja so ein schönes Loch, in Anführungsstrichen, wo wir ja immer rausgucken können, weißt du? Ja, das stimmt. Ja. Ja, das Einzige, was halt ist, wenn wir jetzt keine Behutsamkeit haben, haben wir halt hier kein, müssen wir halt die Dinge abbauen und neu craften. Ja, ja. Wobei es die Bücher aber, glaube ich, komplett gibt, oder? Die Bücher kriegst du wieder komplett, ja. Ja, dann ist bloß ein bisschen Holz, was wir verschwenden, in Anführungsstrichen. Wirst du sie mitnehmen? Weil ich würde sie mitnehmen, ja, weil ich hatte überlegt gehabt, ob ich dann hier oben ein schönes Haus drauf brauche. Dann kriegst du mich drei Bücher zurück, ja. Mhm, genau. Und drei brauchst du ja pro. Ja. Genau. Aber wie gesagt, wegen mir können wir hier oben auch alles abreißen. Habe ich keinen Herzschmerz mit. Ja, dann, ja, gut, okay. Dann machen wir das. Dann bauen wir uns was Neues, Nettes auf. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, müssen wir uns eigentlich nur überlegen, wie wir die Tiere da rüberkriegen. Und wir müssen uns überlegen, welchen Ausgang wir nehmen. Weil da, wo du rauf bist, wenn wir uns da so eine schöne Treppe raufbauen, ist ja eigentlich ideal, ne? Da, wo du in die Luft gesprengt wurdest. Haha, ja. Ja. Ja, wäre ja so gesehen eigentlich eine sehr gute Ecke, um es mal so auszudrücken. Ja, an sich schon. An sich auf jeden Fall. Ja. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt Seetank organisiere, dann habe ich noch einen Slot frei. Okay. Und Ruhe kann ich einstecken. Da habe ich schon vier Stück im Inventar. Ey, ich habe aber so keinen Platz mehr. Ich kann es zu euch nicht mitnehmen. Ah. Ah ja, okay. Ja, dann pass auf. Dann stelle ich drüben eine Truhe bei den Tieren hin. Und dann können wir mit den Tieren zusammen die Sachen dann holen. Gut. Und dann müssen wir nämlich hier lang. Und dann können wir hier nämlich rauf. Das ist bloß noch ein bisschen blöd. Und dann da rauf. Und dann müssten wir gucken, dass wir hier oben, da wo die Bäume sind, direkt über unserer, weil die Base ist jetzt genau da unten. Und da, genau da oben, wenn wir die Tiere ansetzen, dann wäre der Junk immer geladen und sie würden immer wachsen. Ja, gut. Und dann könnten wir uns hier nämlich gucken, dass wir da so eine Treppe noch gar weiter rauf bauen oder so ähnlich. Wäre eine Möglichkeit ja auch. Ja, ne? Ne, gut. Und wo muss ich jetzt hier runter? Ich mag das. So. Go. Warum stehst du eigentlich auf meinem Bett? Guck mal, da sind noch deine Wasserflaschen drinnen. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. So. So. Und jetzt. Mache ich doch mal das hier. Drei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Was haben wir hier jetzt noch? Was treibst du? Ui, schick. Hast du übrigens mitbekommen, dass mit dem neuen Update kriegt der Tuff neue Formen, ne? Ja. Ja, kannst du mit Tuff arbeiten? Na, ich bin ja mal gespannt. Kannst du Stufen und so ein Gedöns machen, aber wie weit muss ich jetzt passen? Ja, ja, schau mal da mal. Ähm. Muss mal kurz rauf. Musst du das? Musst du das? Ja. So, so. Hätt jetzt was. Ich hol die Sachen. Ich sag, ich muss Abgrundmoderation machen und die verkrügelt sich. Ich will bloß schnell rauf die Sachen holen. Ich bin sofort wieder da. Ja, ich weiß auch nicht. Ich komm da nicht richtig runter und nicht richtig rauf und irgendwie stelle ich mich gerade an wie das letzte, was weiß ich was. Ach komm. So schlimm ist es auch nicht. Nein, viel schlimmer. Ja. Nee. Mensch, wenn das halt einfacher wäre, Tiere zu transportieren, aber das ist manchmal so super anstrengend, ne? Ja. Mit einem Boot könnten wir sie vielleicht relativ einfach transportieren. Meinst du? Ja, vielleicht. Hm. Warte mal, ich geh hier runter. Dann brauch ich hier einen. Kohle habe ich noch ein bisschen was mitgebracht. Ja, das klingt gut, ja. Aber nicht viel. Es waren bloß sechs Stück, die waren oben noch im Ofen, glaube ich. Ah ja, okay, okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Alles gut. So, ja. Wir sind mal wieder am Ende angekommen, meine lieben Freunde. Und ja, wie ihr seht, wir haben dann doch einiges zustande gebracht heute. Ich war doch recht überrascht, was die Fantasie da an unserer alten, ja in Anführungsstrichen Base veranstaltet hat. Im Gegenzug war sie aber auch ganz schön überrascht von dem, was ich hier fabriziert habe. Ähm, ich denke, wir haben uns beide gegenseitig sehr gut, ähm, unterhalten. Und ja, war doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, äh, ihr seht auf jeden Fall, wir haben jetzt unsere alte Base umgezogen. Das heißt, oben ist alles abgerissen, alles hier runter geschafft. Wir haben neue Truhen dazu bekommen, wir haben, äh, neue Öfen. Das Feld ist ein wenig größer geworden. Hier hinten stehen schon die ersten Bäume in den Startlöchern. Der erste ist schon gewachsen. Prima, prima, prima. Und ja, ähm, dort oben wird es dann für die Zukunft noch einen Weg, eine Treppe geben, damit wir schneller an die Oberwelt kommen, um uns mit Holz und Nahrung zu versorgen. In der Festung waren wir noch kurz, ähm, da müssen wir uns aber auf jeden Fall was einfallen lassen, weil mit, ähm, Laubrüstung, nein, 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 ist keine gute Idee. Definitiv nicht. Allein die, die lohnen, die, ähm, setzen einen das schon ordentlich zu und, ne, das können wir so nicht verantworten. Ja, aber, was ihr vielleicht verantworten könnt, ist, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr neu dabei seid oder es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne kostenlos meinen Kanal. Schaut auch bei der lieben Lady Phantasie vorbei. Lasst ihr ein bisschen Liebe da. Und ich freue mich drauf, euch zum nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Und haltet die Ohren steif und ciao, ciao.